So Servus und Herzlich Willkommen zu Far Cry New Dawn. Danke dass du eingeschaltet hast und danke dass du dieses Projekt unterstützt. Was ist hier los? Da oben? Nee. Na, den erwischen wir nicht mehr. Äh, was? Wow, 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 wow! Okay. Okay. Ich komme, ich komme! Ich komme, ich komme! Komm! 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 Die Schrauberbude, ein Außenposten Die Schrauberbude, ein Kabelbbaste Ich muss woanders hin. Mit den Dingern können die so ziemlich jedes Fahrzeug platt machen. Ich muss woanders hin. Ich gehe da drüber hin. Ich gehe da drüber hin. Hilfe! Ich bin getroffen! Ich bin schwer verletzt! Ich bin unterwegs! Ich gehe da drüber hin. 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 Nice! Der Außenposten gehört uns! Ich gehe da drüber hin. Du kannst den Außenposten behalten oder plündern. Die Highwaymen werden mit Verstärkung zurückkommen. Wenn du ihn dann ein weiteres Mal übernimmst... Bekommst du allerdings mehr Ethanol? Dann machen wir das auch. Das machen wir bei allen, weil die geben massig an Ressourcen. Die brauchen wir ja. Oh shit! Jetzt haben wir massig Ethanol. Dann rüsten wir mal auf. Das können wir jetzt gut gebrauchen. Jetzt rüsten wir mal einiges auf. in unserer Basis. So. Ich bin froh, dass du Prosperität hilfst. Ich bin froh, dass du Prosperität hilfst. Ich liebe meine Familie aber nicht mehr. Ich bin froh, dass du Prosperität hilfst. Das war besser mal. Das war besser mal. Unser Sniper. Ja, die könnte ich gebrauchen. Oh shit. Machen wir die Waffen oder? Machen wir direkt die Expeditionen. Die Expeditionen klingt schon ziemlich sexy. Dann machen wir die auch. Wir können starten. Okay, also so läuft das. Wenn die Highwaymen seltene Ressourcen finden, machen sie es sich da gemütlich. Wir fliegen dahin und ich setze dich in der Nähe ab. Okay. Kommst du mit? Okay. 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 Und gleich das Sprengschlauch Labor. Boah. Dann haben wir das auch lächelig. Kann ich da direkt was? Okay. 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 Come on. Okay. Danke, dass du mir den Treibstoff besorgt hast. Jetzt können du, ich und La Grosse Patate tun, was wir am besten können. Highwaymen abzocken und ihnen die Ressourcen klauen. Also hör zu. Die Highwaymen haben das Wrack eines Flugzeugträgers gefunden und verstecken dort Vorräte. Ach. Die dachten, sie könnten das geheim halten, ne? Na, nicht vor Roger. Was immer die gefunden haben, wird auch gut für uns sein. Was meinst du? Sollen wir sie besuchen gehen? Und dann vielleicht einen Strandspaziergang, nachdem wir sie ausgenommen haben? Haha. Nur ein Witz. Die Highwaymen werden stinksauer sein und wir müssen uns ganz schnell verpiesen. Also, se tontu. Musch kaputt. Auf jeden Fall. Ich hab Bock drauf. Okay. Dann hau rein. Oh shit. Ich trinke noch kurz einen Schluck. So. Lasst mich nicht warten. Ich möchte die erste Expedition starten. Ah. Wie groß das Ding ist? Die helme Männer haben den Jackpot geknackt. Genau. die HMS McCobray ja ich hab glaube ich alles oder? ja das Paket ist ein GPS Sender die AWM werden ihm überall infolgen ja danke die Kamine ab die ist dabei ok action wo das ist das ist das ist das ist das ist Was ist das? Was ist das? Party! All right, let's get out of here! Oh shit Sie sind schon unterwegs Alles gut Kamino Sie sind schon unterwegs Das wird blutig Bewegung Ich werde sie durchschlieben Ich werde sie durchschlieben Geht zum Strand im Südosten Das sieht nach einem guten Landeplatz für mich aus Das Paket bewegt sich schnell Wenn du das Paket hast Müssen wir schnell verschwinden Die Highwaymen werden dich weiter herangreifen Kursst du was es wolle Oh shit Scheiße Nein Kamino ich lasse dich nicht zurück Auf keinen Fall Genau da drüben Holt das verdammte Paket Jetzt Ich werde sie durchschlieben Ich werde sie durchschlieben Oh Gott Ich werde sie durchschlieben Fuckin Kamino Alter Habe ich die jetzt verloren Ich glaube schon Fuck Der Heli versucht zu landen Jast das Ding hoch Ich werde sie durchschlieben Ich bin hier Los jetzt los jetzt los Bist du drin? Okay, Aueyla, Großpettanz, los geht's! Nice, Expedition geschafft, bin ich begeistert. Richtig begeistert. Mal schauen wie es Camina geht. Komm, ich möchte noch kurz meinen Charakter anschauen. Das stimmt. Wo ist denn Camina? Down. Hey Aueyla, da bist du ja. Du bist re cool. Gehen wir an die Arbeit. Okay. Was haben wir denn an Vorteile? Vier. Ah, man kann angeln. Nice. Wingshield, Schweißbrenner, Kletterhaken. Ich will den Wingshield. Jetzt können wir, glaube ich, auch über Prosperity absprengen, oder? Geht das jetzt mittlerweile? Ähnlich wie bei... Okay, also jetzt noch einiges zu erkunden. Hier ist eine Basis. In der nächsten Folge machen wir die Story fertig, oder weiter. Und dann gehen wir mal zu Grace. Also bis zur nächsten Folge. Oh, jasla.